Gleich geht's los, Jungs. Aus Rock'n'Roll. Ja, Mann. Hey, Freunde, das hat gesessen. Ich möchte nicht, dass das aufgenommen wird. Ja, das ist ganz übel. Kann man nicht so da niederzübeln? Nicht, dass du so gegenlicht kriegst. Hattest du nur dann schon mal ein. Das glänzt doch alles da drüben. Schau mal hin. Die Plattenlohn ist. Auf das hab ich jetzt gemacht. Ihre Schande ist meine goldene Uhr. Der hat passt. 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 Ich hab ja gesagt, die zwei sind favoriten. Die Stimme. Ja, ja, Freilich. Ja, ja, Freilich. Ich probiere das auch noch. Auf die Tour. Von der Fernmino. Ja, das trägt. Der hat passt. Oder der Fernmino macht nur mit 1'1. Farnia. Ja. Man, ne, auch für mich nur Rappi-Budin, hierherst du's? Ja. Ach, Sacki! Wie kommt du? Nee, wer kommt selber noch? Ja, Freide. Ja, cool. Genau. Mach nix! Jawoll! Ja, Martin! Jetzt ist ja wohl das Lachen vergangen. Eine Frau vor, aber die ist richtig beruhigend. Ja, das ist ja gut. Jawoll! Sieht, das ist ja auch gut. Ja, das ist ja auch gut. Ja, das wird sogar mehrig. Das ist das Ergebnis, das ich oben links sehe. Ja, das ist ja auch Kaule. Ja, das ist ja nicht geschützt. Mach nix! Schlappmann! Ja, das ist nicht geschützt! Mach nix! Ich hab doch echt den Sack! Das war kein Schweißen, ob ich mich gefangen habe. Oh, come on! Hörst du mich, Laufmaschine? Ich hör' dich ausgezeichnet! Ihr habt eine schöne Trauerfeier für mich abgehalten. Ich glaube, es ist jetzt höchste Zeit abzuhauen. Ich hab' nämlich das Gefühl, unser Typ ist hier nicht mehr so gefahren. Oh Gott! Schau Gott, sind wir hier! Salam! Der kriegt das schon langsam! Jetzt kriege ich Panik! Jetzt kriege ich das! Ich hab doch gesagt, es sind die Favoriten! Ja! Ja, freilich! Warte! Wut um! Wie willst du das hier einstellen? Oh Gott! Ich hab' den schon mal draufhauen! Ja, also! Verklappen wie ein Sauerfeld gesehen! Wie ein Wahnsinn! Warte! Bitte! Das gibt's doch nicht! Oh, das wär'n's ja hergewerben! Das wär'n's ja hergewerben! Das wär'n's ja hergewerben! Das wär'n's ja hergewerben! Wo soll'n der hingehen? Das war'n jetzt! In diesem Moment schwingt! Ist das ein Team los? Ach, das ist ein Team los! Ich wär'n' nicht... Wie ist das da? Nein! Wie ist das? Ich.. Na, also! Es wird ja doch noch! Das kann ja nicht so weitergehen jetzt. Doch. Doch. Da sind wir uns einig. Das war die ... ... von ... ... ... ... ... ... ... ... Die Hosen voll. Die können wir vor allem zeigen. Voll! Die Hosen voll. Jaaaa! Nicht, nicht, nicht ... ... Wupp, wupp, wupp! Man Sie will ein bisschen ... Man ... Mann, oh Manni! Ich bin sie auch verdreffend, glaube ich. Also keine Hosen voll. Ja, die Hosen voll. Nicht so verdrängen, aber ... ... ... ... Das ist Wahnsinn! Lass dir Zeit, die zählt er ja nicht. Mittelpunkt, das schnappst du was? Zwei Doppelwebel! Schön! Du Stimme, hey! Scheiße! Das ist nur so wirklich, keine Angst! Hör auf dich! Hör auf dich! Hier ist es! Und? Was? Was? Blöden sie, die gibt's nicht! Schnauze du Schwuchtel! Was sollte denn diese ganze Bruderscheiße? Willst du ihr den Oberbimbo geben? Die wollen nicht deine Brüder sein! Das kann man ihnen nicht verübeln! Und jetzt schieb ab mit deinem weißen Irrschen! Ja, genau so! Oh Gott! Du hast es nicht in der Brüder! In der Brüder! Du hast es nicht in der Brüder! Wenn man die Hände steckt! Ich bin auch schon gut gesehen. Wie ist das? Wie, ja! Hau damit so raus. Mach nix! Hier kämpfen wir doch! Unfassbar! Sauber, Siggi! Schöne mal! Da war es wieder! Ja! Also, verliert man! So, so gut! Oh! Weißer! Ansatzlos! Und noch einer! Ob nicht das nicht recht ist? Ja, schön! Er war auch so gewollt! Ich bin so gewollt! Ich bin so gewollt! Ich bin so gewollt, dass ich es nicht gewollt! Ich bin so gewollt! Ich bin so gewollt! Ah, so nicht! Aaaaaah! Ratschi, Wurstmärz-OP, du Schreinerhund. Du hast die Hosen vollgekappt. Das war's aber. Danke, Sigil, gell? Danke. Sehr schön, saugut. Hooray, setzen Sie sich. Stehen Sie nicht stramm vor mir, ich bin nicht mehr für das Zackige.